Heute geht es um Freiheit. Freiheit im Leben. Und wenn dich das interessiert, dann lade ich dich ein. Sei gleich mit dabei, wenn es wieder heißt, erleb! Hallo und herzlich willkommen zu Erlebt, der Podcast der Braunschweiger Friedenskirche. Heute, ich habe es eben schon gesagt, geht es um Freiheit. Und zwar habe ich dazu zwei Bibelstellen mitgebracht. Die eine Bibelstelle ist in Galater 5. Dort heißt es, nämlich in Galater 5, Vers 1, Ich mache mal hier den Faden rein. Das ist die eine Bibelstelle. Und die andere Bibelstelle steht in Matthäus 11. Dort heißt es, ab Vers 28, Ihr plagt euch mit den Geboten, die der Gesetzeslehrer euch auferlegt haben. Kommt alle zu mir. Ich will euch die Last nehmen. Ich quäle euch nicht und sehe auf niemanden herab. Stellt euch unter meine Leitung und lernt bei mir. Dann findet euer Leben Erfüllung. Was ich anordne, ist gut für euch. Was ich euch zu tragen habe, ist keine Last. Hier heißt es auch, ja, mein Joch ist leicht. Ja, und ich möchte uns einladen, einmal über diesen Bibelferst nachzudenken. Wir haben ihn in den Kommentaren für euch abgedruckt. Und ihr könnt ihn noch einmal durchlesen. Macht kurz auf Pause. Denkt drüber nach. Und dann geht es gleich weiter. Ja, ich hoffe, ihr hattet ein bisschen Zeit, über dieses Bibelwort nachzudenken. Es geht um Freiheit. Und tatsächlich ist das Gegenteil von Freiheit manchmal nicht unbedingt gefangen zu sein in einem Raum, sondern manchmal auch gefangen zu sein in bestimmten Verhaltensmustern und bestimmten Regeln, die man sich selber auferlegt hat. Also wenn ich in einem Unrechtsstaat lebe, sagen wir jetzt hier aus unserer Perspektive, und ich bestimmte Dinge nicht tun darf, dann lebe ich zwar in Freiheit und bin nicht im Gefängnis, und trotzdem habe ich aber bestimmte Grenzen, die sich permanent um mein Leben drumherum stellen. Und nicht nur in Unrechtsstaaten, sondern auch, ich glaube, auch in unseren Herzen entstehen manchmal bestimmte Vorstellungen, dass bestimmte Regeln wichtig sind, die wir halten müssen, weil wir sonst ungenügend sind. Und das sind wie Lasten, die sich auf uns herablegen, wenn wir meinen, alles ordnen zu müssen, zu strukturieren zu müssen, oder auch bestimmte Gesetze, tatsächlich auch aus dem Alten Testament, von denen wir denken, dass sie wichtig sind. Und wenn wir denen Raum geben und uns unter diese Gesetze stellen, dass es uns nicht in die Freiheit führt, sondern eben aus der Freiheit herausführt. Im Galaterbrief sagt, spricht Paulus zu einem Teil der christlichen, jungen christlichen Gemeinde, und er spricht in ihr Leben und sagt, lasst euch nun nicht sozusagen beschneiden, um ein Teil der jüdisch-christlichen Gemeinde zu sein, sondern, ja, bleibt in der Freiheit, in der Christus euch, zu der Christus euch befreit hat. Es ist ein ganz schön komplexes Thema. Die verheißungsvolle Seite ist, Jesus sagt, kommt zu mir, die ihr mühselig und beladen seid und geht unter mein Joch. Ein Joch war ein Balken, der an beiden Seiten sozusagen so abgerundet war und in der Mitte war dann eine Stange dran befestigt, womit mit diesem Joch etwas gezogen wurde. Und das Spannende war, dass dieses Joch immer auf zwei Schultern sozusagen gelegt wurde. Und Jesus sagt, kommt unter mein Joch, denn mein Joch ist leicht. Jesu Joch zu tragen, das Verheißungsvolle ist, wir dürfen an seiner Seite gehen. An seiner Seite finde ich Freiheit. Und das, was ich eigentlich als Einschränkung erlebe, nämlich in so ein Joch hineinzutreten, ist für mich eigentlich ein beklemmendes Gefühl, die ganze Zeit neben jemand herzulaufen. Es war gerade in den Nachrichten ein Bericht von der Trennung von zwei siamesischen Zwillingen und wie sie sozusagen dann getrennt ins Leben hineingeführt werden oder auch freigesetzt werden. Und Jesus sagt, aber nein, an meiner Seite findest du sozusagen die Freiheit und auch das Ende aller Mühsal und Last. Er sagt, dann findet euer Leben Erfüllung. Stellt euch unter meine Leitung, lernt bei mir, dann findet euer Leben Erfüllung. Weil wir mit seinem Rhythmus gehen können. Weil wir das verinnerlichen können, was ihn beschäftigt, was auf seinem Herzen liegt. Und das abgeben können, was wir meinen, was wichtig ist, was aber überhaupt nicht notwendig ist, was uns einengt. Ich glaube, dass wir immer wieder in der Herausforderung sind, Themen, die uns sozusagen irgendwie beschäftigen, rauszuholen und uns mit diesen Themen sozusagen Lasten aufzuerlegen. Ich kann das für dich in deinem Leben gar nicht sagen. Für die Juden war es das Thema, dass bestimmte gesellschaftliche Erwartungen da waren und sie meinten oder in dieser Zeit war es ein Thema, sich sozusagen in dieser jungen christlichen Gemeinde, wo viele Juden waren, dass Leute, die von außen dazukamen, meinten, sich sozusagen anpassen zu müssen und assimilieren zu müssen und die Verhaltensweisen aufnehmen zu müssen. Was unsere Verhaltensweisen heute sind, und die sozusagen uns nicht in die Freiheit lassen, fällt mir ganz schwer zu sagen, weil ich selber sozusagen diese Verhaltensweise lebe, glaube ich zumindest. Ich probiere das zwar immer wieder, mich davon frei zu machen, aber was ich merke ist, und das ist auch etwas, wo ich mit unterwegs bin, dass ich in den Momenten, wenn ich merke, hier wird gerade etwas knifflig und schwierig, dass mich dieser Bibeltext herausfordert, unabhängig davon, was das jetzt konkret ist, aber wenn hier eine Situation schwierig wird und ich merke, eine Situation in der Gemeinde und in meiner Beziehung zu Gott wird zu einer Last, dass ich dann sage, okay, ich möchte gucken, was der Weg von Jesus in dieser Situation ist. Das heißt, ich habe jetzt heute keinen Katalog mitgebracht, wo ich sage, das und das und das sind alles die falschen Lasten, aber wenn du innerlich merkst oder auch im Gebet merkst, hier komme ich in eine Situation hinein, wo ich in mühselig und beladen, wo ich eher kraftlos mir vorkomme, dann gilt uns, glaube ich, genauso heute wie allen Generationen vor uns und allen Generationen nach uns dieses Wort, dass Jesus sagt, du darfst zu mir kommen, dich unter mein Joch stellen und in der Situation, in der du bist, stelle ich mich zu dir und wir finden gemeinsam einen Weg, der dich in die Freiheit hineinführt. Ich möchte jetzt noch für dich beten und ja, das ist heute der Vers, der mir sozusagen auf dem Herzen lag für dich. Jesus, ich danke dir dafür, dass dein Weg leicht ist und dass dort, wo du ein Joch trägst oder wo du Lasten dir aufs Herz nimmst, dass wir sie dir mit dir gemeinsam leicht tragen können. Danke dafür, dass deine Weisungen gut sind für unser Leben und uns nicht in die Enge und in die Abhängigkeit führen, sondern in die Freiheit. Und ich möchte dich bitten, wenn jetzt jemand eingeschaltet hat oder den Podcast geguckt hat oder gehört hat, der für sich das Gefühl hat, dass er nicht in der Freiheit lebt und Dinge in seinem Leben erlebt, die mühselig sind, dass du ihn oder sie ja, in die Freiheit hineinführst. Ich lade dich, Heiliger Geist, jetzt zu uns zu sprechen und die Dinge aufzudecken, mit denen wir uns ja, falsch beladen. Amen.